Ha-Ha-Ha-Hachipu! Ha-Ha-Ha-Hachipu! Es pustilliert! Es pustilliert! Es pustilliert! Es funktioniert! Ihr seid doch aber nicht so sicher... Ha-Ha-Hachipu! Das können wir's doch nicht machen, Herr Leder. Sie haben doch gesagt, dass ich mindestens noch ein halbes Jahr Zeit hab. Wir kämpfen und dann mussn wir alle ab! Kämpf, du benimmst dich wie ein Mensch. Wir lassen es nicht zu! Wir lassen es nicht zu! Wir lassen es nicht zu! Ich protestiere! Ich protestiere gegen die sinnlose Zerstörung der Natur! Wir müssen raus! Hilfe! Hilfe! Fahr doch endlich! Ich kann doch gar nicht fahren! Was hast du denn wieder angestellt? Weißt du, es gibt Dinge im Leben, damit muss ein Mann allein fertig werden. Wie schaut es denn hier aus? Hachibu! 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 Demnächst im Kino! Und die Hörspielgeschichten von Hachibu gibt's schon jetzt auf Kassetten von CBS! Hachibu! August 2 Hachibu! 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 Zahlen! B�� W